Äh, Ballermann? Ich versuche seit drei Tagen endlich mit dir allein zu sein. Okay, Daphne, stopp, stopp, stopp. Wieso gehst du mir aus dem Weg? Wer wollte denn die letzten drei Tage auf irgendwelche Bälle rennen? Wie viele Typen hätte ich mir denn entgehen lassen sollen, um zu checken, dass du jetzt und unbedingt mit mir reden willst? Nur einen einzigen, dann wäre es dir aufgefallen. Och, Daphne, 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 die Welt dreht sich doch nicht nur um dich. Das heißt doch nicht, dass wir keine BFFs mehr sind. Aber hey, come on, Ballsaison ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Ich verstehe nicht. Äh, Ballermann ist so ein Geheimtipp auf Malle, ja? Da musst du mal hin, bevor es touristisch wird.